Herzlich willkommen zurück bei Jo's Easy Kitchen. Ich bin der Jo und hinter der Kamera ist der ein Freude. Das Wetter wird so langsam immer nässer, immer ekliger. Man verzieht sich immer mehr in die Bude und hat gar keinen Bock mehr rauszugehen. Und man ist faul. Deswegen heute auch schöne Jogginghausen-Style unterwegs schon. Und ja, man will nicht viel zu tun haben, wenn man was essen will. Gerade zu so einer Zeit bin ich der größte Fan von Aufläufen. Eigentlich hätten wir heute Besuch gehabt vom Vitaliener. Und deswegen machen wir heute einfach einen griechischen Auflauf. Herr Leone, Enhanced Side, tut mir leid, aber selber schuld. So, was brauchen wir für das Ganze? Wir brauchen für das Ganze natürlich unsere Nudeln. Da fangen wir jetzt direkt an. Gleich der erste Schritt, bevor man ja jetzt groß anfängt. Wasser heistellen und den Ofen schon mal auf. 200 Grad Ober-Unterhitze. Wir brauchen unser Hackfleisch. Ich habe hier Tomaten schon gestückelt. Natürlich ein Feta-Käse, Creme Fraiche, ein bisschen Milch, Frühlingslauch, Zwiebel, Knoblauch, ein bisschen Rosmarin. Und ja, dann würde ich sagen, schlafen wir schon einfach direkt. Erster Schritt ist erst mal unser Gemüse zu schneiden. Da mega simpel. Natürlich die Zwiebeln schön würfeln. Natürlich ist es recht fette Zwiebel gewesen. Aber mein Gott, das sind jetzt auch 400 Gramm Hackfleisch. Also von daher gar kein Thema. Natürlich für eine Auflaufform. Natürlich noch unseren Knobi. Dann natürlich den Frühlingslauch noch. Das Gute ist jetzt hier, ich nehme hier extra kleine Nudeln, weil die dauern auch nicht lang. Kann man sich natürlich auch noch mal Zeit sparen. Und auch noch mal sowas, je kleiner eure Nudeln sind bei einem Auflauf, desto kürzer braucht er eigentlich insgesamt. Weil es natürlich, es gab natürlich alles nach innen, die Hitze braucht, bis sie drinnen ist. Und je dicker die Nudeln sind oder je mehr Volumen in das Ganze ist, desto länger braucht das Ganze, äh, sag ich mal, die ganze, ich denke immer an Geschwindigkeit, wenn ich an, äh, Temperatur rege. Alter. Katastrophe, Mann. Wie wäre es einfach mit der Dichte? Mit der Dichte. Umso dichter der Auflauf ist, umso länger braucht er, bis er bis innen ja durch. Genau das. So, jetzt haben wir ja das geschnitten. Können schon mal unsere Pfanne heiß machen. Und dann hauen wir gleich das ganze Zeug rein. Freunde, es ist... Auflaufzeit. Ja. Nichts aufwändiges No Shit. Also es ist wirklich auf den Schnippeln. Also es ist wirklich auf den Schnippeln und los geht der Spaß. Ja. Machen wir uns noch ein bisschen Rosmarin, äh, klein. Ein bisschen für den Geschmack. Natürlich diesen schönen Rosmarin-Geschmack reinzubekommen. Genau. Den schön klein hacken. So, dann können wir eigentlich schon mal... Ah, das ist in die Pfanne. Ja, ne, das Kotti braucht noch. Wir haben ja Zeit. Wir haben ja entspannt wirklich Zeit. Wir müssen es nachher ja die ganze Masse eigentlich mal alles vermengen. Dafür nehme ich mir gerne immer eine Extra-Schüssel. Da kann ich schon mal den Feta-Käse reinmachen. Schön zerdrücken. Natürlich mit sauberer Hände. Das versteht sich, glaube ich, von alleine. Da rein. Da haue ich jetzt unseren Rosmarin schon mal rein. Das würzen wir auch schon mal einen Ticken. Wasser kocht jetzt. Pauen wir unsere Nudeln rein. Jetzt tun wir mal so 250 Gramm ungefähr. Ja, wir haben ja auch noch mal fast ein ganz, ein halbes Kilo an Nudeln. Äh, an Fleisch noch. Also von daher schwach. Schwach. Das soll auch noch in diese kleine Aufluftform reinpassen, Mann. Schwach. Schmerze. So, jetzt das Hackfleisch rein. So, Freunde. Und sobald es anfängt, hier so zu garen, nicht mehr zu braten, können wir unsere Zwiebeln mit reinmachen und auch unseren Frühlingslauch. Es wird auf jeden Fall ein extrem intensiver Auflauf. Das weiß ich jetzt schon vom Geschmack her. Ja, gerade der Feta. Gerade mit den schönen Zwiebeln so. Richtig griechisch. Schön heftig einfach. Ein bisschen Knoblauch. Jetzt. Und sobald ihr merkt, dass Fleisch eigentlich schon ziemlich fertig ist, dass nur noch ein ganz leichter Rotstich drin ist, können wir die Tomaten rein. Wir haben jetzt hier ungefähr die Hälfte. Das sind 200 Gramm ungefähr. Und dann kommen da dazu noch mal zwei Fette. Da machen wir zweieinhalb. So was. Tatütata. Bisschen Tatütata. Bisschen viel Fresh mit dazu. Und das würde ich einfach auch so schon aus der Pfanne essen. Ja, gell. Du kannst ja jetzt schon so Nudeln dazu und fertig. So, und jetzt kochen wir das Ganze auf, weil das natürlich, dass es sich noch ein bisschen bindet. Die Nudeln müssen eigentlich auch gleich fertig sein. Nudeln raus. Das, wie gesagt, kurz aufkochen lassen. Und dann mit dem Zeug vermischen. Auflauffaum Käse. Fähig. Easy peasy, Juge. So, bei den Nudeln. Das ist ja echt ganz geschickt, dass die Soße noch einen Ticken braucht. Die Nudeln ein bisschen austrocknen. Äh, tropfen. Austropfen. 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 Äh, tropfen lassen. Wie sagt man da? Abtropfen. Abtropfen lassen. Ja, halt abtropfen. Ja, ich kann kein Deutsch mehr. Bisschen abtropfen lassen. Kann man nie. Was soll ich jetzt sagen? Achso. Abtropfen lassen. Weil wir wollen ja nicht zu viel Flüssigkeit auch in dem Auflauf. Wir wollen ja auch, dass es schön bindet. Aber, ich seh schon. Guck mal vielleicht hierher. Ihr seht schon, das leckt richtig schöne Blasen. Das ist jetzt keine flüssigere Masse mehr. Ist noch leicht flüssig. Aber eher so ein bisschen dickflüssig mit dem Ganzen. So, jetzt nehm ich, glaub ich nehm nicht alles von der Nudeln. Weil sonst passt das nicht rein. Schauen wir einfach mal. Wir machen das Stück für Stück. Mal ein bisschen gucken, dass die Flüssigkeit ein bisschen rauskommt. Was? Ein Waufen. Digga, das ist ja zu krank. Digga. Ich hab so Bock auf diesen Auflauf, Mann. Also, wenn ihr mal Bock habt auf so ne Auflaufserie. Ich glaub, das könnte richtig witzig werden. Dann schreibt's mir gerne mal unten in die Kommentare rein. Leute, jetzt befilmen wir mal unsere gute Form. Oh, yes. Wir haben jetzt die Milch auch gar nicht gebraucht. Das wär zu viel, zu viel Flüssigkeit gewesen. Milch braucht ihr gar nicht. Hab ich mich spontan jetzt dazu entschieden. Tomatensauce ist halt quasi. Ja, also das ist ja nicht reine Tomatensauce. Ja, ja schon. Aber da ist ja viel Wasser mit dabei. Wahrscheinlich das meiste anbessen. Eben. Gouda oder Mozzarella? Gouda. Gouda. Mozzarella. Okay. So, und jetzt machen wir noch ein bisschen Mozzarella drüber. Also, da könnt ihr natürlich spontan. Ja, jetzt chill. Spontan ausrasten. Spontan ausrasten. Spontan entscheiden, welchen Käse ihr nehmt. Also, wenn ihr vor allem so vorbereitet sind wie wir. Weil's bei uns gefühlt alle drei Tage Pizza gibt. Und sich jedes Mal drum gestritten wird, was drauf auf die Pizza kommt. Also könnte man doch jetzt bestimmt auch noch Parmesan drauf machen. Oh. Verliebt. Ja, dann wird's aber eher wieder in die italienische Richtung. Ja warum? Ja ok, Mozzarella ist auch italienisch. Verdammt. Egal. Egal Freunde. Auflaufen trotzdem krass. Ist ja jetzt auch egal. Nimmt was er wollt. So. Diesen wunderschönen Auflauf schieben wir jetzt für eine halbe Stunde ab. Und dann sehen wir uns wieder. Guck dir den an. Ist richtig chill. Ciao. Ich hab schon Bock. Die Kruste, die ist so geil einfach. Die sieht so richtig geil aus. Also das mit dem Mozzarella war echt ne gute Entscheidung. Achja, wir hatten den... Hä? Weiß ich. Wir hatten übrigens den Auflauf nur so 22 Minuten ungefähr drin. Also immer ein bisschen gucken. Es kommt natürlich immer auf euren Ruch drauf an. Boah. Oida. Digga, wie cremig der ist, Anna. That's what she said. Ja, dann schick mal einen Löffel rüber. Tschüss. Mit der Käsekruste und dann dieses cremige von dem Väter. Denk ich, ich kann nicht du es mehr, oder? Ja. Ja, dann musst du dir keinen Stress machen. Muss ich doch so auch nicht. Und was sagen sie? Naja, der mundet. Und der mundet? Ne, nur noch ein Uso. Und was sagst du so? Boah, ne. Uso mag ich gar nicht, Alter. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich jetzt erstmal auf die Couch sitzen werde. Erstmal eine Folge Brooklyn Nine-Nine mir reinziehen werde, wenn du mir den richtig können würde. In diesem Sinne, Leute. Freunde der guten Unterhaltung, herzlichen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten. Ich denke, der Jo wird sich auf jeden Fall über ein Abo freuen. Da drauf klicken. So. Und hier kommt ihr zum letzten Video. Da haben wir auch ein paar Sachen mit Schupfnudeln gemacht. Oder besser auch genannt, Buberspitzli. Bis dann. Und guter.